Mit dem Moto Z hat Lenovo ein ziemlich interessantes, modulares Smartphone vorgestellt, welches mir persönlich auch ziemlich gut gefallen hat und kurze Zeit später dann auf der IFA noch das Moto Z Play, welches zusätzlich auch noch eine hammermäßige Akkulaufzeit hat. Nun, circa ein Jahr später wurde das Moto Z2 Play vorgestellt, welches eben der Nachfolger ist und wie sich dieser so bei mir im Test geschlagen hat und ob er mich überzeugt hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß! Nun, das Design ist im Vergleich zum Vorgänger nahezu unverändert geblieben, aber ich meine, das muss es auch, da die Moto Mods laut Lenovo ganze drei Smartphone-Generationen kompatibel bleiben sollen. Trotzdem ist das gleichbleibende Design nicht schlecht, ganz im Gegenteil, ich finde, das Gerät bietet hier auf jeden Fall etwas Eigenes. Erstens ist es mit 6mm verdammt dünn und durch das kantige Gehäuse liegt es auch sicher in der Hand. Nicht ganz so schön ist aber der Camera Bump, welcher echt arg aus dem Gehäuse ragt, aber sobald ein Moto Mod auf der Rückseite angebracht ist, verschwindet dieser komplett. Das Coole an den Moto Mods ist aber, dass diese so vielseitig sind. Zum einen gibt es ein ganz einfaches Style Sheet Backcover, welches bis auf den eigenen Style keine weiteren Funktionen hat. Aber es gibt auch ganz verrückte Moto Mods, wie zum Beispiel den neuen JBL Soundboost 2 Lautsprecher, welcher bei jedem Moto Z2 Play mitgeliefert wird oder auch einen optional erhältlichen Beamer oder jetzt auch ganz neu vorgestellt eine 360 Grad Kamera. Ziemlich fasziniert hat mich aber die Funktionsweise, denn diese ist einfach genial. Man nimmt den Moto Mod, hält ihn an die Rückseite und schon wird dieser mithilfe von Magneten passend an der Rückseite befestigt. Die Magneten sind übrigens so stark, dass man sich im Alltag keine Sorgen machen muss, dass der Moto Mod einfach abfällt. Jedoch ist mir aufgefallen, dass sie nicht immer zu 100% passend sitzen. Die Moto Mods, welche ich hier im Test hatte, ließen sich auf der Rückseite immer etwas hin und her bewegen, was die Funktion nicht beeinträchtigt hat, aber trotzdem ist es mir irgendwie etwas negativ aufgefallen. Die Kommunikation zwischen dem Moto Mod und dem Gerät selber geschieht über die Konnektoren, welche sich auf der Rückseite befinden und ich persönlich hatte im Alltag damit auch überhaupt keine Probleme. Aber nun genug mit den Moto Mods und schauen wir uns mal lieber das restliche Gerät an. Auf der Vorderseite dominiert das 5,5 Zoll große 1080p AMOLED Display, welches mir von den Farben und Kontrasten her sehr gut gefallen hat. Nicht ganz so toll haben mir jedoch die Blickwinkel gefallen, welche zwar im Großen und Ganzen nicht schlecht sind, aber sie stellen auch keinen neuen Rekord auf und andere Geräte sind hier in einigen Punkten einfach etwas besser. Zudem sieht man bei seitlicher Betrachtung auch noch einen leichten Regenbogeneffekt, welchen ich eigentlich nur von älteren Geräten mit einem AMOLED Display kenne. Trotzdem macht es einfach Spaß, das Gerät zu benutzen und das liegt natürlich nicht nur an dem Display, sondern auch an dem, was darauf dargestellt wird. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt Android 7.1.1 in einer ziemlich reinen Android-Form, so wie es meiner Meinung nach bei jedem Gerät der Fall sein sollte. Bis auf einige wenige zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel das Twisten, um die Kamera zu öffnen oder auch das Einblenden des Moto-Displays, mit welchem man dann auch im gesperrten Zustand die wichtigsten Informationen erhalten kann. Außerdem ziemlich cool ist, dass man statt den Software-Buttons auch durch Gesten auf dem Fingerabdrucksensor all diese Funktionen auslösen kann. Das funktioniert zwar nicht immer 100%ig perfekt, aber in den meisten Fällen eben schon. Der Fingerabdrucksensor unterhalb des Displays funktioniert übrigens ziemlich gut, er hat eine hohe Trefferquote und ist auch ziemlich schnell, was aber mittlerweile auch bei den meisten anderen Geräten der Fall ist. Auch wenn die Hardware mit dem Snapdragon 626 und 4 GB RAM eher nach aktueller Mittelklasse schreit, macht es einfach Spaß, dieses Gerät zu benutzen, denn Ruckler oder Aufhänger kommen vielleicht mal alle 5 Lichtjahre vor. Und im Alltag hatte ich persönlich mit der Hardware überhaupt keine Probleme und ich denke 99,9% aller anderen Nutzer, welche das Gerät benutzen, denen wird es ähnlich gehen. Moto-Geräte sind übrigens bekannt dafür, dass sie sehr langlebig sind und auch nach mehreren Jahren der Nutzung noch ausreichend schnell sind. Nicht anders wird es auch hier sein und deswegen sind Leute, welche ein Gerät mehr als nur ein Jahr nutzen wollen, mit diesem Gerät besser als zum Beispiel mit einem Samsung Galaxy S8 beraten. Kurz gesagt, die Performance ist einfach der Hammer und wird es auch höchstwahrscheinlich in einigen Jahren noch sein, aber irgendwo müssen ja trotzdem Abstriche gemacht worden sein, um einen Preis von ca. 500 Euro realisieren zu können und meiner Meinung nach ist das bei der Kamera der Fall. Die 12 Megapixel Hauptkamera macht bei guten Lichtverhältnissen gute Bilder, welche auch schöne Farben haben und insgesamt einen angenehmen Look, auch wenn ich die Nachbearbeitung an manchen Stellen nicht perfekt finde. Bei schlechten Lichtverhältnissen fängt die Kamera dann aber recht schnell an zu rauschen und verliert an Details. Positiv aufgefallen ist mir dabei aber, dass die Farben weiterhin ziemlich natürlich dargestellt werden, was bei vielen anderen Geräten überhaupt nicht der Fall ist. Die 5 Megapixel Frontkamera macht zwar keine besonderen Bilder, also welche im Vergleich zu anderen Geräten irgendwie herausstechen, aber trotzdem sind sie ziemlich solide. Als kleinen Zusatz gibt es dann aber auch noch einen True Tone LED Blitz auf der Vorderseite, damit auch die Selfies bei Dunkelheit schön detailreich bleiben und das haben wiederum kaum andere Geräte. Ziemlich erstaunt wiederum war ich über die Akkulaufzeit, denn in diesem nur 6 mm dünnen Gehäuse steckt ein 3000 mAh starker Akku und das ist krass. Leider hält der Akku nicht mehr ganz so lange wie noch beim Vorgänger, aber 6 Stunden Screen-On-Zeit bzw. eine Nutzung über 2 Tage sind locker möglich und bei dieser Geräte dicke bzw. dünne ist das echt beachtlich. Ebenfalls beachtlich ist, wie schnell das Gerät dank Turbo Power wieder aufgeladen ist, zwar nicht ganz so schnell wie ein OnePlus mit Dash Charge, aber nah dran. Als Anschluss wird hier zum Glück auch auf USB-Typ C gesetzt, was sich bei dem Preis aber auch so gehört. Aber kommen wir mal zur Frage, für wen das Gerät etwas ist, wem ich es empfehlen kann und vor allem, ob es überhaupt sein Geld wert ist. Der Preis liegt bei ca. 500 Euro, was natürlich eine Menge Geld ist, aber auf der anderen Seite bekommt man hier auch einiges geboten. Die Hardware ist zwar nicht die High-End-Hardware, aber trotzdem, die Softwareanpassung macht daraus ein Gerät, welches in der Benutzung so verdammt viel Spaß macht, dass es zum Beispiel ein Galaxy S8 oder auch viele andere Geräte, welche deutlich bessere Specs haben und auch deutlich teurer sind, einfach übertrifft und für viele höchstwahrscheinlich eine bessere Wahl ist. Außerdem ist dann ja auch noch die Modularität mit den Moto Mods, durch welche das Gerät so beliebig angepasst werden kann und für verschiedene Einsatzzwecke vorbereitet werden kann wie kein anderes Gerät. Ich meine, ihr könnt einfach einen Beamer auf die Rückseite packen und Filme in 70 Zoll gucken, das ist schon krass. Und meiner Meinung nach ist es einfach ein Alleinstellungsmerkmal, welches die Moto Z-Serie von anderen Geräten so abhebt und wer ein besonderes Gerät haben möchte, welches zudem bei der Benutzung auch noch ziemlich viel Spaß macht und auch in einigen Jahren noch ziemlich flüssig laufen wird. Und das zu einem fairen Preis, der hat hier mit dem Moto Z2 Player ein ziemlich interessantes Gerät gefunden. Und der Link zum Kaufen ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Also bei Interesse könnt ihr dort einfach vorbeischauen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao.